Luga ist ein Stadtteil im Südosten der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. Er befindet sich am Stadtrand in den beiden Gemarkungen Groß und Klein Luga und gehört größtenteils zum Ortsamtsbereich Polis. Geografie Luga liegt 10 Kilometer südöstlich des Dresdner Stadtzentrums der inneren Altstadt. Auf den langsam nach Süden ansteigenden flachen Hängen des Elbtalkessels, die südlich des Stadtteils im Lugberg eine Höhe von 207 Meter ynn erreichen. Klein Luga liegt hierbei südlicher und weiter bergwärts. Die flächenmäßig etwas ausgedehntere Groß Luggerflur hingegen eher nördlich auf teilwärtigem Terrain. Die Grenze zwischen beiden Gemarkungen verläuft weitestgehend entlang der Donaustraße. Groß Luga erstreckt sich lediglich im Bereich seines im Osten Lugers gelegenen Dorfkerns auch südlich dieses Verkehrswegs. Benachbarte Gemarkungen sind die anderen Dresdner Stadtteile Sporbitz im Nordosten, Groß Tschachwitz im Norden, Niedersedlitz im Nordwesten und Lockwitz im Westen. Im Süden- und Ostengrenzen entlang der Stadthausengrenze Dresdens bereits Dona- sowie die Heidenauer Stadtteile Wölkau und Gommern an. Die beiden Lugger-Gemarkungen gehören größtenteils zum statistischen Stadtteil Lockwitz. Ein Streifen im Norden der Gemarkung Groß Luga gehört zum statistischen Stadtteil Niedersedlitz, der äußerste Norden zwischen der Bahnstrecke Dresden-Bodenbach und dem Lockwitzbach. Der hier im Bereich Bosewitzer Straße die Nordgrenze Lugers markiert, wird bereits zum statistischen Stadtteil Groß Tschachwitz und damit zum Ortsamtsbereich Läubung gezählt. Der Doppelstadtteil Luga hat zwei Ortskerne in beiden blieben historische Bauerngehöfte erhalten, darunter drei und vier Seithöfe. Der Groß Lugger-Dorfplatz heißt Luggerplatz und liegt in einer Höhe von 140 Meter Ü. NN und damit ebenso wie der etwa 300 Meter weiter westlich gelegene Klein-Lugger-Ortskernteichplatz bereits deutlich oberhalb der Talsohle der Elbe. Der Maltengraben umfließt die Ortslage Luga im Westen und Norden und verursacht besonders nach heftigen Niederschlägen häufig flächige Überflutungen. In angrenzenden Grundstücken zur Verminderung der Hochwassergefahr wurde im Malten-Tal südwestlich von Luga ein Rückhaltebecken errichtet. Der Klein-Lugger-Dorf-Teich wird hingegen vom Heilborn einer kleinen Quelle gespeist. Am Teichplatz steht ferner eine 1883 gepflanzte und mittlerweile als Naturdenkmal in die 88 ausgewiesene Lutherreiche. Besonders in Groß Luga, also nördlich der Donaustraße, stehen Wohnsiedlungen. Die Ortslage ist von ausgedehnten unbebauten Flächen, häufig Feldern umgeben, die sie von den umliegenden Dresdner Stadtteilen trennen. Dagegen ist Luga baulich eher mit Heidenau-Gormann zusammengewachsen. Entlang der Eisenbahnstrecke erstreckt sich ferner das Hauptumspannwerk Dresden süd- und nördlich davon ein Industriegebiet. Im Südwesten Klein-Luggers befindet sich eine Halde, die aus einem Lehmtagebau hervorging. Wichtigste Straße von Luga ist die Staatsstraße 172, die unter dem Namen Donaustraße den Stadtteil durchquert und über die sich in 15-minütiger Fahrzeit ein Anschluss zur Innenstadt herstellen, lässt. Von ihr Zweigen der Straßenzug Steile Straße, Lugturmstraße, der Klein Luga mit Heidenau-Wölkau verbindet und die Lugger Straße ab, die von Groß Luga aus in Richtung Niedersiedlitz führt. Außerdem gibt es in Luga insgesamt 15 weitere benannte Straßen. Bereits seit mehreren Jahren wird der Neubau einer Ortsumgehung von Luga geplant. Die S-172 soll dann nördlich um die Ortslage herumgeführt werden. Direkt westlich von Luga liegt die Anschlussstelle Heidenau der A17. Öffentliche Verkehrsmittel sind die Buslinie 65 der Dresdner Verkehrsbetriebe. Sowie die Linie HS des von der OVPS betriebenen Pirna Nahverkehrs. Im äußersten Nordosten Groß Lugers befindet sich der S-Bahn-Haltepunkt Dresden-Schachwitz. Die Dörfer Groß und Klein Luga waren über Jahrhunderte administrativ und grundherrschaftlich nicht miteinander verbunden und weisen daher auch Unterschiede in der Ortshistorie auf. Erst mit der Vereinigung beider Landgemeinden unter dem Namen Luga 1922 teilen beide eine gemeinsame Geschichte. Gemeinsam ist ihnen jedoch der slawische Ursprung des Ortsnamens. Er leitet sich wahrscheinlich ab von Lug dem altsorbischen Wort für Grasumpf, feuchte und bewaldete Niederung oder Wiesenbruch. Dies entspricht auch der Lage Lugers unterhalb eines Hanges am Rand der Elbniederung und in der Nähe des Ausgangs des Malten Tals. Groß Luga Das Dorf Groß Luga entstand als Rundling und war mit einer Block- und Streifenflur ausgestattet. Im Jahre 1321 wurde es als Villa Dick Luga erstmals erwähnt, die beiden ersten Wörter entstammen dem Mittellatein, so dass der Name mit Dorf, genannt Luga, übersetzt werden kann. Bereits 1378 wurde zwischen Luka Major und seinem kleineren, offensichtlich gleichnamigen Nachbardorf unterschieden. In der Folgezeit ist diese Differenzierung jedoch teilweise nicht mehr vorhanden. Die Ursache dafür liegt in der Zugehörigkeit zu verschiedenen Grundherrschaften und Ämtern. So wird Groß Luga im 15. und 16. Jahrhundert als Luge, Lug und Lug erwähnt. 1547 heißt es dann wieder Groß Luga oder Groß Lugav. Zunächst befand sich Groß Luga im Besitz der Burg Grafen von Donau und unterstand ab 1321 dem Kloster Altzeller. Friedrich der Streitbare belehnte im Jahr 1408 Angehörige des Dresdner Patrizier Geschlechtsbussmann mit dem Dorf zu den späteren Lehnsherren. Gehörten die Familie Lange aus Röhrsdorf sowie das alte kursächsische Adelsgeschlecht von Staupitz, von dem ein Zweig auf dem Rittergut in Zeister saß. Die anfänglich komplette Zugehörigkeit zum Amt Dresden wich Mitte des 16. Jahrhunderts vorerst zugunsten eines Pirna-Anteils. Bis um 1690 Dekasekunden gesamte Dorf ans Amt Pirna überging. Noch 1875 gehörte Groß Luga zur Amtshauptmannschaft Pirna und kam erst später zur Amtshauptmannschaft Dresden. Eingepfarrt war der Ort nach Donau. Das Schulhaus der 1841 gegründeten Schulgemeinschaft von Groß und Klein Luga mit Gormann und Wölkau wurde im selben Jahr in Groß Luga errichtet. Seit 1899 besteht ein neues Schulgebäude an der Klein Luger Straße. Das heute durch die 90. Grundschule genutzt wird im Jahr 1898 wurde überdies ein eigenes Rathaus gebaut. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bestand Groß Luga nur aus wenigen Gehöften. Die Haupterwerbsquelle der Bewohner war die Landwirtschaft und daneben auch der Obstbau, der Anbau von Wein und Flax sowie die Strohflechterei. Die Errichtung der Eisenbahnstrecke brachte dann einen Aufschwung mit sich. Im heutigen Südosten Dresdens gründete sich eine Vielzahl von Industriebetrieben, da für die Arbeiter und Angestellten dieser Werke Wohnraum benötigt wurde. Dehnte sich Groß Luga über den Dorfkern hinaus nach Nordwesten aus und neue Mietshäuser entstanden. Außerdem siedelte sich in Groß Luga selbst nahe der Grenze zu Niedersiedlitz direkt nördlich der Bahnstrecke die Stahlbaufirma Kelle und Emp. Hilde Brandt an Klein Luga die Klein-Luguer-Flur war schon während der mittleren Bronzezeit bewohnt. Dies geht aus verschiedenen Relikten einer im Leben Tagebaugelände ausgegrabenen Siedlung hervor, die auf diese Epoche datiert wurden. Vorgefunden wurden alte Keramiken, Mahlsteine und Vorratsgruben. Zwischen Klein Luga und Niedersiedlitz entdeckte man außerdem die Überreste einer slawischen Siedlung aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Der etwas lockerer bebaute Rundling Klein Luga hatte eine Blockflur. Im Jahr 1378 wurde es im Unterschied zu Groß Luga als Lugmeiner erstmals erwähnt, was mit Kleines Luga übersetzt werden kann. Der Ortsname entwickelte sich anschließend im 15. und 16. Jahrhundert über die Formen Lusk, Luska, Fleischke und Lauke hin zu Klein Luge. Das 1547 und 1554 genannt wird, im Jahr 1610 heißt das Dorf Klein Lauschka. Auffällig ist bei den früheren Namensformen Klein Lugas ein im Vergleich zu Groß Luga stärkerer Bezug zum mit Lukur verwandten altsorbischen Wort Luse. Das für eine sumpfige, feuchte Wiese steht. Klein Luga, das damals noch ausgesprochen wenige Gehöfte umfasste, gehörte laut alten Urkunden 1445 zum Besitz eines Hans Marschalk. Auch dem Meißner Domstift war man tributpflichtig. Im Jahr 1453 tauschte Kaspar von Schönberg damaliger Bischof von Meißen. Mit dem sächsischen Kurfürsten Friedrich dem sanftmütigen Teile von Klein Luga ging ein anderes Dorf ein. Ab 1501 übte der Rittergutsbesitzer von Oberlockwitz zunächst Stefan Nallenpeck. Die Grundherrschaft aus Fortan waren Lockwitz und Klein Luga fest miteinander verbunden. Im Jahr 1572 brach zwischen den Grundherren und Einwohnern beider Lugas ein Streit um die knappen Wasserreserven. Das Trinkwasser musste über lange Röhrfahrten in die Dörfer geleitet werden. Wie groß Luga gehörte auch Klein Luga zur Donau-Parocci. Verwaltet wurde es aber im Unterschied zu seinem Nachbardorf fast durchgehend vom Amt bzw. der Amtshauptmannschaft Dresden. Südlich von Klein Luga verlief die Dresden-Teplitzer-Poststraße, die heute in diesem Abschnitt alte Landstraße heißt. Über diese wichtige Handels- und Herrstraße in Richtung Böhmen zog häufig Militär. Was beispielsweise während der Donauischen Fede um 1402 und der Befreiungskriege um 1813 einige Beeinträchtigungen für Luga mit sich brachte. Im Verlauf der Nordischen Kriege waren in Luga Soldaten der sächsischen Armee einquartiert. Auch in Klein Luga wurde vorwiegend Landwirtschaft betrieben. Das Dorf wurde 1839 zur Landgemeinde. Um 1900 siedelten sich auch hier zahlreiche Arbeiter an, die in benachbarten Industriebetrieben oder den damals drei Lugerziegeleien arbeiteten. Seit 1880 steht mit dem vom Gebirgsverein für die sächsische Schweiz erbauten Lugturm ein bekanntes Dresdner Ausflugsziel auf dem Lugberg südlich des Ortes. Luga im Jahr 1920 wurde Klein Luga nach Groß Luga eingemeindet. Die entstandene Gemeinde hieß Luga. Nur zwei Jahre später wurden Groß- und Klein-Luger Ortsteile von Niedersedlitz. Ab 1930 bildete Luga mit Lockwitz eine eigene Kirchgemeinde in der dortigen Schlosskirche. Zwischen 1936 und 1938 entstand im Westen Lugers eine Wohnsiedlung. Gemeinsam mit Niedersedlitz erfolgte zum 1. Juli 1950 die Eingemeindung nach Dresden. Drei Jahre später schlossen sich die Luger-Bauern zu einer LPG zusammen, die später auf Lockwitz und Nickern ausgedehnt wurde. Bis heute ist Luga hauptsächlich ein Wohnort, hat aber auch mehrere bedeutende Gewerbeunternehmen. Die Dorfkerne wurden nach der Wende restauriert. Nach 2000 entstand außerdem das Grüne Viertel, eine auch als Gartenstadt Groß Luga bekannte kleine Wohnsiedlung im Westen Groß Lugars. Einwohnerentwicklung Die Dorfkerne outs Vielen Dank.